Gott sei Dank, heute brennt mein Herz. Heute brennt mein Herz. Jesus, es sind fast zehn Kilometer bis nach Emmaus. Deine Freunde sagen, brannte nicht unser Herz. Wir erkennen dich daran, dass du unsere Herzen bewegst. Mein Herz brennt in deiner Nähe. Du kennst meinen Puls und den Puls der Gesellschaft. Freiheit, Wut, Toleranz, Solidarität und Verzweiflung. Deine Auferstehung macht das Herzen sich verändern. Und jetzt ist die Zeit der Hoffnung. Gott sei Dank, heute brennt mein Herz.